Mein Name ist Klaus Ernst. Mein Name ist Klaus Ernst. Ich bin einer der Vorsitzenden der Linken in der Bundesrepublik Deutschland. Wir brauchen in Europa eine Alternative zu dem, dass immer mehr Menschen in Europa für die Banken letztendlich die Kastanien aus dem Feuer holen sollen, indem sie durch höhere Steuern die hohen Zinsen für die Banken bezahlen. Wir brauchen in Europa eine neue Ordnung und die Ordnung muss sein, eine Ordnung der Solidarität. Solidarität heißt, die Reichen müssen etwas abgeben, damit insgesamt die Staaten wieder etwas haben. Merci. Okay, das übersetzen wir jetzt mal.